Bevor ich Sie ins hochverdiente Wochenende entlasse, schleppe ich meine altersmüden Knochen nochmal vor die Kamera und versuche so ein bisschen die Lage zusammenzufassen, in der wir jetzt sind vor dem Wochenende. In der nächsten Woche gibt es ja jede Menge Zahlen wieder zur US-Berichtssaison und auch aus Europa. Und wir nähern uns immer mehr der US-Wahl an. Also es wird jetzt immer spannender, wer gewinnt diese Wahl, welche Konsequenzen hat das, wie ist derzeit die Verfassung der Märkte. Der grob gesagt kann man sagen, die Wall Street heute mit leichten Gewinnen, der DAX mit stärkeren Gewinnen. Der DAX hatte gestern ja aufgrund dieser doch steigenden Zahlen in Sachen Coronavirus ziemlich auf die Münze bekommen, kann ein Teil dieser Verluste wieder wettmachen. Die Wall Street gestern weniger unter Druck, deswegen auch heute weniger Rally. Und es ist mal wieder der Impfstoff, der für Begeisterung sorgt, nachdem hier Pfizer, die ja kooperieren mit BioNTech, dieser deutschen Firma, gesagt haben, okay, wir werden jetzt wahrscheinlich in der dritten Novemberwoche werden wir um eine Genehmigung nachfragen bei der amerikanischen Medizinaufsicht oder Arzneiaufsicht in Sachen Impfstoff für das Coronavirus. Allerdings soll das noch in besonders schweren Fällen eingesetzt werden. Also da ist sozusagen viel Hoffnung wieder dabei, wenig Sicherheit, aber die Märkte haben das sozusagen jetzt genommen als Perspektive, dass die ganze blöde Geschichte doch irgendwann, ja, irgendwie gelöst werden könnte. Wir haben ja Rückschläge bei AstraZeneca, bei L.I. Lilly, bei Johnson & Johnson jetzt gesehen. Deswegen ist mal wieder Zeit für ein bisschen Impfstoff Hoffnung. Normalerweise passiert das Montag. Vielleicht kommen am Wochenende dann wieder extrem tolle Nachrichten in Sachen Impfstoff. Remdesivir ist inzwischen ziemlich abgekackt, auf Deutsch gesagt, Gilead unter Druck. Ich kann mich erinnern, ich habe Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, Mensch, das ist doch das super Heilmittel. Ich war skeptisch und wie es aussieht, nicht ganz so unrecht. Und wir haben Impfstoff Hoffnung, hier mal eine Grafik, wie oft diese Hoffnungen in Artikeln erscheinen in Medien. Da sehen wir, wir hatten hier, ja, letzte Septemberwoche nochmal ein Hoch. Ja, es geht voran mit dem Impfstoff, toll, toll, toll. Jetzt ist er ein bisschen zurückgegangen, aber nach wie vor ist der Impfstoff Optimismus gigantisch groß. Also man geht davon aus, das wird schon was, das wird schon werden. Ich vermute, dass wir niemals eine hundertprozentige Abdeckung bekommen. So ein paar Teilaspekte kann man damit vielleicht lösen, aber eben nicht das Problem aus der Welt schaffen. Wie auch immer, schauen wir uns mal das an, was vielleicht für die Bolen spricht. Das ist neben der großartigen Impfstoff Hoffnung die Fettbilanz. Die ist nämlich still und heimlich wieder gestiegen und zeigt jetzt eine aufwärtsste Tendenz. Immerhin sind da 76,8 Milliarden in dieser Fettbilanz hinzugekommen. Jetzt 7,15 Billionen die Bilanzsumme. Es gab ja Zeiten, da konnte man wirklich den Markt traden nach Bilanz so mit der Fett. Möglicherweise sind wir jetzt in so einer schwierigen Seitwärtsrange eben, weil auch die Fettbilanz so ein bisschen seitwärts geht. Also sie sich nicht mehr so deutlich nach oben bewegt, wie das dann seit März der Fall war. Und wir haben natürlich jetzt die US-Wahl, die vor der Tür steht. Es gibt gute Analysen, die sagen, wenn der Turnout hoch ist, also wenn die Wahlbeteiligung hoch ist, dann stehen die Chancen für Biden gut. Wenn die Wahlbeteiligung weniger gut ist, dann stehen die Chancen für Trump besser. Aber wir sehen, dass die Dinge derzeit sich nicht unbedingt in Richtung Trump entwickeln. Zunächst mal hier die Grafik Total Early Vote. Also in den USA kann man in einigen Bundesstaaten schon wählen. Und wir sehen, dass wir hier schon um und bei 20 Millionen Stimmen im Kasten haben. Also das wird nicht alles am 3. November dann abgegeben, sondern teilweise und großteils vielleicht sogar in Sachen Briefwahl. Oder wenn man die Briefwahl noch mit einschließt, schon vorher. Und wir sehen, dass hier in diesen Staaten eben eine hohe Wahlbeteiligung bisher ist, die das zulassen. Das würde sozusagen eher für Biden sprechen. Und für Biden spricht auch das, was sozusagen mit den Ballots passiert, also mit der Briefwahl passiert. Wir sehen hier, wie bisher die Dinge gelaufen sind. Man ist in den USA ja eingetragen als Demokrat oder als Republikaner oder als nicht einer Partei zugehörig etc. Jedenfalls sehen wir, dass die Demokraten schon knapp 5 Millionen Briefwahlzettel versendet haben. Oder die Anhänger der Demokraten, 5 Millionen sind eingegangen. 21 Prozent bisher der registrierten Wähler, während bei den Republikanern es nur 2 Millionen sind. 15 Prozent, 15,5 Prozent der registrierten Wähler. Wir sehen also, dass die Motivation der US-Demokraten-Anhänger deutlich höher ist als 2016. Clinton war ziemlich unbeliebt. Biden ist nicht gerade euphorisch geliebt, wenn man es mal so formulieren will. Er ist halt gepflegt langweilig. Und das ist vielleicht für manche ein Segen in Trump-Zeiten, wo man nicht sozusagen sich von Tweet zu Tweet hangeln muss, wie bei dem derzeitigen US-Präsidenten. Und wir sehen, dass innerhalb des Wahlkampfteams von Donald Trump durchaus Nervosität herrscht, wie hier Axios berichtet, ein exzellentes Insider-Magazin, das direkten Zugang hat zu den Herrschaften in Washington. Und hier nimmt man offenkundig im Wahlkampfteam von Trump die Umfragen doch ernst. Trump sagt ja immer, alles Fake News. Aber hier die US-Wahlkampfhelfer von Donald Trump sind ziemlich nervös. Und der Wahlkampfchef hat wohl gesagt, du kannst deinen Patienten nicht heilen, der die Diagnose nicht akzeptiert. Und Trump akzeptiert ja nicht die Diagnose, dass er zurückliegt. Ich glaube, ich habe hier irgendeine Fliege oder was jedenfalls juckt irgendwas. Jetzt habe ich mich mal elegant gekratzt. Jedenfalls ist es so, dass da eben durchaus ein bisschen Panik herrscht, wie Axios berichtet. Also es ist schon so, dass man das wahrnimmt im Wahlkampfteam von Donald Trump. Trump ist jetzt in Florida. Das ist für ihn jetzt eine wirklich wichtige Geschichte. Er muss diese älteren Herrschaften, die weißen, die in den Vorstädten leben, vor allem in Florida, die muss er irgendwie drehen. Denn da zeigt sich, dass die Anhängerschaft durchaus weniger enthusiastisch ist als im Jahr 2016. Er muss jetzt viel machen und er macht sehr viel. Das ist sozusagen jetzt möglichst viel in kurzer Zeit, so lautet das Motto. Und vor allem ein Bundesstaat wie Florida, wenn er den verliert, dann ist die Wahl für ihn wahrscheinlich verloren. Weil die Demokraten ja so bestimmte Bundesstaaten wie Kalifornien, New York und so weiter natürlich ziemlich sicher im Sack haben. Schauen wir weiter, was ist hier der Fall. Stimulus wird nichts mehr vor der Wahl, zumindest nicht in der praktischen Ausführung. Das hat jetzt auch Larry Cutlow eingestanden und gesagt, ja selbst wenn wir jetzt einen Deal bekommen, das ist vor der Wahl gar nicht mehr umsetzbar. Man muss das ja administrativ irgendwie verarbeiten. Und bis dann irgendwie die Segnungen bei den Firmen oder bei den Menschen in den USA ankommen, dann ist die Wahl gelaufen. Also das wird Donald Trump nicht mehr helfen. Ähnlich wie eben jetzt mit der Vaxin, mit diesem Impfstoff hat er immer gesagt, kommt momentarily, kommt jederzeit. Das wird nicht passieren, nicht vor der US-Wahl. Damit also der nächste Trumpf, den sich Trump erhofft hatte, nicht mehr der Fall. Brauchen wir Stimulus? Sonst, wenn wir uns heute mal die Daten anschauen, hier aus den USA, viel stärkere Einzelhandelsumsätze aus den USA, hat mich persönlich überrascht. Bin ich von anderen Zahlen ausgegangen, denn vieles deutete darauf hin, dass jetzt so ein bisschen die Konsumlaune schwindet. Aber Gruppen 6 sagt in der Analyse, also das ist für uns nur erklärbar, dadurch, dass letztendlich die Leute ziemlich viel angespart haben, ziemlich viel beiseite gelegt haben. Möglicherweise werden wir dann bei den nächsten Zahlen die Probleme sehen, denn wenn der Stimulus-Check nicht kommt, dann wird eben auch das Gesparte nicht mehr, könnte man sagen. Was haben wir noch? Die Stimmung ist excessively bullish, meine Damen und Herren. Zumindest was Börsenbriefe in den USA betrifft. Mark Halbert ist jemand, der das regelmäßig untersucht. Und wir sehen, da gab es im September ein ziemliches Tief, nachdem wir da ziemlich abgerauscht waren nach unten. Jetzt sind die Märkte wieder gestiegen. Jetzt gibt es ein Hoch, das nur selten übertroffen worden ist in den letzten Jahren. Wir sehen nach wie vor Put-Call-Ratio sehr, sehr niedrig. Und wir sehen, dass Robinhood, diese App, die für immer mehr Amerikaner wichtig ist, weil sie an der Börse damit zocken, Privatinvestoren jetzt mit Wirkung heute plötzlich die Margen erhöht hat. Und zwar in den Aktien, die gerade von den Robinhoodern geliebt werden. Apple und Co. Weil man sagt, da wird jetzt die Unsicherheit vor der Wahl, die wird schwierig werden. Und man droht hier mit Margin Calls. Ja, wenn wir jetzt die Marge erhöhen, die Sicherheitsanforderungen erhöhen und ihr habt nicht das entsprechende Geld auf dem Konto, dann müssen wir leider eure Positionen verkaufen. Dunkel laufen. Mal sehen, was das nächste Woche an Auswirkungen hat. Ebenso wie dann der abgelaufene Verfall. Heute ja kleiner Verfall. Also die Optionen verfallen. Hier bin ich gespannt, was ab Montag dann passiert. Was haben wir noch? Wir haben gute Nachrichten für Boeing. Boeing, es soll wieder losgehen. Hier hat die europäische Flugaufsicht jetzt gesagt, okay, ihr dürft so langsam wieder hier fliegen mit der 737 Max. Im März 2019 ist die Geschichte ja sozusagen dumm gelaufen für Boeing. Also fast eineinhalb, ein Dreivierteljahre später geht es dann so langsam wieder los. Vielleicht unglaublich, wie lange das gedauert hat. Vorher hat man gedacht, im Worst Case wird das Ende 2019 passieren. Jetzt werden wir sehen, ob sozusagen auch die Akzeptanz des Publikums wieder der Fall ist. Und wir haben lustige Nachrichten aus Deutschland in Sachen Tesla. Da haben die Wasserwerke in Strausberg-Erkner, eine Stadt, die in den USA mit Sicherheit jeder kennt, bei Berlin. Wir Deutschen wissen das, zumindest wenn wir schon mal in Berlin gelebt haben, wie ich auch. Jedenfalls sehen wir, dass hier Tesla das Wasser abgestellt wurde, weil eben die Rechnungen nicht bezahlt wurden. Der Wasserversorger sagt, wir haben dreimal gemahnt und da passiert nichts. Also haben wir jetzt mal das Wasser abgestellt. Dann kann eben auch nicht gebaut werden, wenn das Wasser nicht zur Verfügung ist. Das Abwasser, man braucht Wasser auch auf dem Bau, wie natürlich viele wissen. Also das ist natürlich schon eine Peinlichkeit des Sondergleichen. Und wir haben Nachrichten zu die Brexit. Da steuern die Briten auf ein No-Deal zu, wie Boris Johnson eigentlich heute relativ klar gesagt hat. Aber die EU sagt, ja, wir fliegen nächste Woche nach London und treffen uns. Da sprechen wir nochmal. Deswegen das Pfund nur mäßig unter Druck, kann man sagen. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Man denkt seitens der Märkte, ja, die werden sich doch rational verhalten und das Schlimmste verhindern. Aber es geht hier ums Prestige. Es geht hier um grundsätzliche Fragen, die mit Aussagen zu tun haben, die man früher gemacht hat. Boris Johnson hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Wenn er jetzt komplett einknickt, dann verliert er sein Gesicht. Das wird er nicht tun. Also sollten die Märkte besser vielleicht mit Irrationalitäten rechnen und skeptischer gegenüber dem Pfund sein. Sollten sie das auch gegenüber den Aktienmärkten? Das ist eine große Frage. Nach wie vor sind Warnsignale da. Wir haben nach wie vor ein gutes Setup für einen weiteren Dollaranstieg. Für einen Anstieg von Staatsanleihen oder Staatsanleihen mit der Folge fallender Renditen. Wir haben nach wie vor das Potenzial, was den Wix betrifft. Da spricht manches für einen Ausbruch nach oben. Wann das genau kommt, ist schwer zu terminieren. Nur glaube ich, dass die Märkte sehr, sehr entspannt sind in Sachen US-Wahl. Das wird möglicherweise schwieriger, als sich viele denken. Aber wer weiß es schon? Wer steckt schon mittendrin? Ich weiß es nicht. Es gibt Indikationen, dass Bayern diese Wahl gewinnt. Aber es wird nicht ganz ruhig zu gehen. Da bin ich mir sicher im Umfeld der US-Wahl. Jetzt wünsche ich erst mal ein wunderschönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns am Montag in alter Frische. Ich sage Ihnen Servus und Ciao.